Stachelig geht es bei unserem Fahrbericht zum Elstrong Aerator 840 T zu. Die giftgrüne Maschine aus Irland ist vor allem für die Bodenlockerung und Belüftung auf Grünlandflächen gedacht. Zur genauen Wirkungsweise aber später mehr. Bevor mit der Arbeit begonnen werden kann, muss die Transportsicherung des Fahrwerks abgenommen und in der Parkposition gesichert werden. Der Aerator ähnelt im Prinzip einer aufgesattelten Wiesenwalze. Die Deichsel ist mit einer Unterlenkertraverse ausgestattet und ermöglicht so 90 Grad Einschlagwinkel. Für die Arbeit wird die Maschine mit 2,50 m Arbeitsbreite hydraulisch abgesenkt. Um ein passendes Arbeitsergebnis zu erzielen, sollte die Fahrgeschwindigkeit zwischen 14 und 20 kmh betragen. Nur so können die auf dem Walzenkörper montierten Schneiden den Boden losbrechen und leicht anheben. Als Effekt verspricht Armstrong einen besseren Wasserhaushalt, eine höhere Nährstoffausnutzung sowie eine stärkere Wurzelbildung. 72 Schneidkanten sind auf dem Walzenkörper montiert. Damit diese bei Kurvenfahrten keine Narbenschäden verursachen, wird die Walze am Vorgewände mit dem stabilen Fahrwerk angehoben. Die Bereifung der Größe 19.04517 ist dafür ausreichend dimensioniert. Armstrong gibt für den 2,50 m breiten Aerator 840T einen Leistungsbedarf von 80 kW 110 PS an. Rund 13 cm tief können die Schneiden in den Boden eindringen, wobei die Lockerungswirkung bis hin 30 cm tief erreichen soll. Damit die Schneiden unter allen Bedingungen sicher eindringen können, lässt sich der Walzenkörper mit 2000 l Wasser befüllen. So lässt sich das Gewicht von einem Leergewicht von 3,5 t auf deutlich über 5,5 t steigern. Das Transportfahrwerk ist mit stabilen Metallkotflügeln ausgerüstet, in die auch eine LED-Beleuchtung integriert ist. Sehr schön! Da keine Druckluftbremsanlage lieferbar ist, darf der Aerator aber nur leer auf die Straße. Der 2,50 m breite Elstrung Aerator ist beim deutschen Importeur Tobias Häuser ab einem Listenpreis von 14.620 Euro zu bekommen. Der 2,50 m breite Elstrung Aerator ist beim nächsten Mal. Der 2,50 m breite Elstrung Aerator ist beim nächsten Mal. Der 2,50 m breite Elstrung Aerator